Oh, das ist 2! Oh, das ist 2! Oh, komm mal, ein Punker! Das ist so eine Blüberkanone auf Titanico. Oh shit, wir sind in City. Ne, wir sind in City. Okay, nice. Wir sind wieder bei City. Also, wir sind wieder bei City. Das heißt, wir wissen jetzt zum Glück, wie die Leute laufen können. Das war beim letzten Spiel ja ein bisschen kacke. Aber jetzt wissen wir mal Bescheid. Oh, war es schwieriger? Bei Tee oder bei City? Ach du kacke, man. Es geht gar nichts gerade, weil mir geht nichts. Okay, wir sind jetzt auf einem Rank angelangt, wo unser Rolltree dann womöglich doch beendet ist. Haben wir eben auch gedacht, dann haben wir genutzt. Also, es war zumindest auf das Einzel, dass der eine so dominiert hat und die beide haben uns dominiert und dann haben wir sich einfach niedergemacht. Was? Ich war nicht sichtbar, ich schwör auf mein Leben. Also, ich mein, er war hinter der Giste. Lalalalalalalalala Lalalalalalalalalalala Oh shit, der kommt da angerannt. Schade. Okay. Ich würde dir direkt Dropper gehen, wenn das für dich genehm ist. Ja, ja, ich nehme lang. Ich würde dir erstmal direkt eine Granate in den Mund nehmen. Das hätte geschmeckt. Nein, 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 okay. Beide, beide? Ja, ja, beide. Ich gehe Connector. Connector ist einer, hat aber gut befressen. Wenn du vorne guckst, dann gucke ich hinten, dann können sie nicht mehr raus. Ich habe vorne. Also sie können sich nur noch hochpushen, aber das werden sie nicht machen. Oder doch? Doch, ich habe Angst. Ich gucke kurz Titanic. Also einer hat mich eben gesehen, aber vielleicht haben sie sich ja schon gepusht. Kann natürlich sein. Gehen lieber hoch auf Titanic. Ja, ich habe Titanic. Jetzt sieht Titanic gut aus. Hast du Drop auch noch so halb im Blick? Ja, halb. Ich habe schon eine raus, soll ich? Ich habe mich einfach zurück. Ich warte, bis die Bombe liegt. Ich warte, bis sich die Bombe selbst legt. Also meine Nate haben sie vielleicht sogar gefressen. Warte, warte. Da war einer Step Titanic. Ja, Titanic einer. Vorsicht, ich gehe Drop rein. Bin Drop drin. Na, beide. Und Spot. Okay, scheiße. Alle springt jetzt von Titanic runter. Nein! Das wäre echt schön gewesen, wenn er seinen Kopf nicht lang verfliegen hat. Ja, gell. Wie dreckig, Mann. Okay, 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 okay. Oh, fuck. So lucky, ne, dass sein Kopf gerade runter ging. Richtig bitter. Ultra bitter, ey. Aber es ist, glaube ich, machbar, wenn man wirklich anstrengend läuft das. Ja, das denke ich auch. Ja. Ja. Also ich glaube, Dropper kann man gar nicht richtig decken, man kommt gar nicht rein. Ja, das ist scheiße. Oh Gott, beide Titanic. Bin tot. Der hat gefressen. Ich glaube nicht viel, aber ein bisschen. Ich bin im Juden-Neck. Ah, ey. Der drückt mir voll einer rein. Mit seiner Scout. Nein, jetzt pushen sie mich. Was habe ich gegeben? 16 und 16. Scheiße. Nice. Hast du gesehen? Hat er mich gepreenifed oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die dich gesehen, also als du da hingeschoben bist. Aber er hat doch gleich wieder weggeguckt, als wäre er zufällig wirklich gepreenifed. War dann selbst verwundert, dass ich da wirklich bin. War wahrscheinlich lucky. Ich molle jetzt direkt connect, äh, drop meine ich. Drop ist gemollied und jetzt gehe ich connect. Beide? Ich habe nur einen gesehen. Andrauch, Andrauch. Komm, komm, komm. Atz. 99. Ein HP. Tschüss. Tschüss. Jawohl, 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 jawohl. Oh je. Hast du genug Cash oder soll ich hier die droppen? Nein, nein, nein. Ich habe mehr, ich habe mehr, ich habe mehr. Was brauchst du? Ich habe alles, ich habe alles. Okay. Ich denke, das Beste ist, wenn man direkt Molly in Drop reinhaut, um dann eben gemütlich auf Connector zu schieben. Was? Und? Sorry, dann ist er durch... Hä? Ist er durch meine Molly durch oder was? Sorry, 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 das ist meine Schuld. Ja, läuft, 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 läuft. Ja, du kannst eigentlich kaum beides... Oh, nice. Der andere ist da hinten irgendwo. Ah! Schade. Fickerig. Scheiße, man. Shit, shit. Das war so ein Off-Angle. Das war nicht Stein, das war nicht Side, das war noch... Ja, irgendwo rumgestanden. Okay, also ich kann mich auf jeden Fall nicht so hinstellen wie eben, weil sonst verpasse ich den, wenn er in Drop drin ist. Sobald der Molly ausgeht, geht er durch. Shit, man. Das sieht jetzt echt gerade bad aus. Warum jetzt nur eine Pistol und... eben hier diesen... So habe ich ja Rainbow gesehen. Das ist ein Ultra-Insta-Headshot, wenn da hier jetzt einer durchsneekt. Drop, Drop, Vorsicht. Ja. Bei Rainbow funktioniert es halt. Einer lang. Ah, scheiße. Okay, jetzt können wir zumindest... Ah, scheiße. AWP reicht immer noch nicht. Shit. Warte. Lass die Runde holen. Lass die Runde einfach. Wir holen die jetzt. Das kann nicht sein, dass die uns hier dominieren. Das sind irgendwelche Pissenlasen, die eine erfundene Sprache sprechen. Guckst du dir mal an. Oder die Waldfee. Gehst du Drop mit der P90? Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Hede. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ich überlege jetzt gerade, auf was ich mich hochdrücke. Lass mal folgende Taktik versuchen. Scheiße. Ich hab die Glück. Ich bin nicht... Sorry, ich hab nichts. Ich hab mir eine Swag7 gekauft. Ich popfleisch durch. Da ist er noch. Reise in der Ecke. Ah, scheiße. Ich sehe nichts mehr. Nice. Die Taktik ist aufgegangen. Aber das hat die Bombe nicht gehabt. Warte, die Bombe ist down. Bomb ist down. Ah. Er ist... Short. Bei dem Speedway. Oh, fuck. Okay. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Fuck. Nein. Ich hab deine Position gemeint. Nicht dich. Aber du bist auch gut. Dieser Reutige Bastard, alter. Shit, man. Okay, warte. Ich block Farmer. Shit. Okay, läuft. Mach du Farmer. Ich mach long. Ich mach long mit der Scout. Das wird schon gehen. Die könnten beide Connector, äh, Drop kommen. Hier ist nichts. Doch. Was? 71 in 1. Verdammte Scheiße. Beide? Beide? Einer nur. Ich hab nur einen gesehen. Boah, die sind echt nicht schlecht. Obwohl mir der auf, auf Safehouse schwieriger vorkam, der Gegner. Das ist kein Defuse. Halt, aber wollte er dich knifen? Scheiße, 6-2. Was? Ach du Kacke. Mach's das jetzt wohl? Mit der Winstreak? Ja, aber das mach's mit der Winstreak, ja? Okay. Jetzt, Team-Change. Okay, warte. Vielleicht ist T-Sided. Vielleicht haben wir Glück, oder? Keine Ahnung. Gucken wir mal, gucken wir mal. Lass mal Drop runtergehen, wir haben irgendwie einen Vorteil bei Drop, habe ich das Gefühl. Zumindest bei C-Defuse. Das ist so egal. Wenn unten ist. Let's go. Nice. Ah, nice. Okay, nice. Das heißt, ich blenden hier. Warte, warte, warte. Ich kann blenden, ich kann blenden. Ach, ich wollte mich doch schnell verstecken. Ich erwischt damit noch der kleine Piste vorerst. Er hat nur CZ. Ah, scheiße, Mann. Holla, die Weisfield. Der drückt aber echt ordentlich. Ich dachte, ich kann ihn einfach outplayen, und dann aimt er mich einfach so hart ab. Shit, Mann. Lass ihn wieder aufteilen. Du gehst Drop und ich geh Long, okay? Ja. Oh, was ein Lacker. Speedway. Alter, wir müssen sehen, wie der reingetimelockt hat ohne Ende. Ich aim da vorne ab, ne, für Long und er kommt hochgesprungen mit seinem kleinen Köpfchen und ist aber geduckt, dass mein Fadenkreuz nie auf seinem Kopf war. Scheiße, Mann. Okay, das beendet jetzt hier mit unserer Siegesserie, aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, nicht wahr? Beide Pieten, beide. Ist angehackt, äh, angefleckt, äh, angehackt. Den einen habe ich ein bisschen mit Hacks angehackt. Den habe ich so ein bisschen angeschissen. Äh, er steht in der Smoke drin. Ich schwöre auf mein Leben. Ist er close? Boah! Inhuman erections! Was? Ah, er steht auch da. Ich hab's nicht gerafft, ey. Ich hab's nicht gerafft, ey. Scheiße, scheiße. Okay, aber den Loser haben wir verdient. Mann, Mann, Mann. Ja, der hat ja mega gut gedrückt, also da kann man nichts sagen. Bueno, ich hab's nicht gerafft. Wir haben ja gar nicht mehr Geschichten wie eine Schlachtlinge mehr, die Dingeましょう vidalichen. Ich hab immer im Dom. Bis zum nächsten Mal.